Wir zeigen im Lentus die Ausstellung Cosmic Order des polnischen Künstlers Bawel Althammer. Bawel Althammer ist bekannt für seine partizipatorischen Projekte. Viele seiner Projekte werden entwickelt in Zusammenarbeit mit anderen. In dem Fall sind es Holzbildhauer aus Mali, Österreich und Polen. Ich will mit verschiedenen Artikeln in Autrisch arbeiten, um die Ideen zusammenzubringen, wie man Dinge wirklich gut für das Bild machen kann. Erstmal beginnt er alleine. Er arbeitet an dieser Figur, die er hier angefangen hat. Und er wird dann wirklich mit den österreichischen Künstlern zusammenarbeiten. Und sie werden dann zusammen überlegen, zusammen entscheiden, was machen wir zusammen für das Projekt. Ich liebe diese Materialien. Von der Kindheit war ich mit dem Klee, mit dem Klee, weil es sehr plastisch ist. Es ist ein einfaches Material. Wir können die Worte schaffen, die Raum zu finden. Und du kannst die Freude spielen mit deinen Händen. Du kannst dein Körper touchieren durch diese schöne Materialien. Du kannst die Realität erleben. Und durch diese verschiedenen Übersetzungen. Durch die Erziehung von denen. Sie spielen mit dir. In der Ausstellung ist natürlich der Besucher, sobald er den Raum betritt, auch Teil des Environments. Es ist eine Gesamtinstallation, die die Menschen herausfordert, sich in Beziehung zu setzen. Zu den Skulpturen, zu den Dingen, die hier präsentiert werden. SERAIN 5 10 13 13 16 Vielen Dank.